Pass mal auf, der kriegt jetzt einer von mir. Oh, daneben. Ja, 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 ja. Mit dem Hammer drauf gehauen. Komm mal her zu mir. Ja, ja. Ey, du da bist. Ja. Komm, wir hauen ab hier. Hier ist aber viel los. Ja, hier ist aber auch viel los. Das ist aber Halligalli. Da sagst du aber was. Oh, bitte, bitte, bitte. Was denn? Nee, hier gibt's sowas nicht. Das ist voll scheiße. Was gibt's hier nicht? In den Autos ist nix drin. Ich hab die alle ausgenockt. Ich hab die sowas von... Ich hab den größten Hammer aller Zeiten. Scheißenkleister. Hiermit moderiere ich moderat an. Haha, wir sind hier mit der Zombie-Apokalypse und wir kämpfen gegen Einkaufswagen und gegen Zombies. Einkaufswagen? Du kämpfst gegen Einkaufswagen? Ah, okay. Wir suchen Batterien. Genau, wir suchen Batterien. Wer es in der letzten Folge nicht mitgekriegt hat. Wir suchen Batterien. Da, hinter mir. Und ich habe... ...Niperino am Start. Ich hab die kleinen Sniper hier, die Rifle... Juhu! In Ermangelung eines... In Ermangelung eines... Äh... Ja. Ich muss mich... In Ermangelung von Munitionen muss ich hier mit dem Vorschlaghammer zuhauen. Stimmt, ich wollte noch Muni machen. Jaja, das brauchen wir ja auch noch, ne? Irgendwie so... So ein bisschen zöner einfach. Achtung, ich zeig dir mal, wie das geht. Pam! Ich hab da diese schönen Flaming Arrows gemacht und die sollen wohl gar nicht so gut sein. Naja. Komm, Fleck. Wir brauchen Autos. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen... Vielleicht ist das hier eher ein Auto. Oh. Ein Hase. Ein Hase. Da oben hast du das Messer... Oh, ein Fortschars! Ein was? Fortschars! Oh! Nein, hab ich nicht. Was? Ich glaub, du hast ihn umgebracht. Ja, kannst du ihn mal mitnehmen? Ja, Peter, ich hab doch kein Messer dabei. Oh, ich hab eins. Ich hab ein Hunting-Rifle-Shamatics, aber das hatten wir schon, oder? Ach, verdammt. Ich dropp die ganze Zeit was. Das ist total scheiße. Äh, das musste ich jetzt mal verwursten. Weg, weg. Jaja, Hauptsache... Nein! Nein! Flank, hilf mir bitte! Ich darf nicht! Ich hab den Hasen mitgenommen. Was ist das denn? Ich hab den Hasen. Was hab ich denn jetzt? Ach, der lebt wieder! Vorsicht! Der lebt noch! Ich brauch mal Blut von dir. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Jetzt würdest du mein eigen Blut hier. Ja, jetzt würdest du mein eigen Blut. Ja! Hast du es? Ich weiß es nicht. Nee, glaub nicht. Nimm das Licht auf den Boden. Ja, warte. Ich hab's. Warum hab ich den denn nicht getroffen? Bloodbag! Eat! Ih, pfui! Nein, das ist nicht... Er streit zu, dass du was haben willst, ne? Und dann sagt sie, ih, pfui. Die ist mir auch eine. Wenn man das essen muss. Ich trink doch nicht Flecks Blut. Ha! Kopf ab! Und nochmal! Komm, Fleck Kids! Zweiter Kopf ab! Und... Dritter Kopf ab! Hast du's jetzt, eh? Nein, ich muss die alle töten. Bin der Mann mit dem Hammer. Ja, das ist ja... Ja. Ich hab in der Toilette eine blaue Pistole gefunden. In der Toilette. War kein sehr cleveres Versteck. Nice. Nice one. Smooth. So, wo gehen wir jetzt? Wo bist denn du dahin? Fleck, deine komische... Dein komischer Safter, der bringt auch nicht so viel. Hallo? Eigenblut. Ja, ja. Ich nehm mal das Chicken, ja? Das einzige, was ich abgebaut habe, ist ne Feder. Eine Spring. Brauchen wir ne Spring? Hoppala, mein Hammer. Ja, nimm mit. Ich mein, die kann man, wenn dann... Faircraften. Ich hab die jetzt zum Beispiel für die Heads gebraucht. Jetzt haben wir einen Spring. Und wisst ihr, was wir da machen? Spring Break! Ha! Ha! Ihr lauft ja schon so rum, als wär Spring Break. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du recht. Ja. Da hast du recht. Oh, hier können wir uns abkühlen. Was ist denn das da für ein riesen Dingens hier? Du darfst? Wieso ist hier einfach auch ein Shopping Card? Ja, lass doch gerne. Lass das jetzt mal. Du machst den ja schon, ne? So, ich bin jetzt in der Stadt gleich. Dann komm zu mir. Aber hier gibt's Wasser. Unendlich viel Wasser. Ja doch, hier gibt's bestimmt noch ein paar. Ich bin bloß voll, quasi. Ich weiß schon nicht mal, was ich hier... Ja, ein bisschen. Vor allem ne Sch... Die Pillen bei, guck mal. Schlimmels. Schlimmels. Schlimmels wieder. Ich hab keinen Platz mehr. Hast du Pillen bei? Nee. 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 Die hat nur Vitamina hat die bei. Hat du mal ne Pille? Also, hat du mal. Alter, mal um. Oh, eigentlich. Alles sehr, sehr merkwürdige, äh... Chassis hier. Chassis! Pam. Au! Sag mal, was... Was müsste man denn optimise gehen, damit man, ähm... was so aus den Autos vernünftig rauskriegt? oder was wollen die alle von mir ich habe mich ja das geht ja jetzt ich glaube ich sollte nach hause gehen ich bin schwer verwundet jetzt machen wir hier nicht ein rückzieher ich muss die autos nein nein ich brauche ein bisschen platz ich bin umzingelt ich habe nur sechs lebenspunkte mit was würde ich denn hier immer meine taschen das kann er kraftet ich bin erschöpft waren wir in dieser stadt hier schon mal hier ist eine tante ich muss jetzt noch vier minuten warten bis das weg ist ich will nicht sterben komm her dann kann ich dich ja einfach weiter laufen das bin ich werde jetzt hier kommt macht doch nur die zombies mache ich ja ich mache doch so blute die mal die haben aber nichts die haben nichts sind alle was da hinter mir ankommt ja warte schieße ich dir weg ich muss jetzt kannst du mal dieses auto hier mitnehmen weil ich habe keinen platz mehr ich nehme das auto warte mal ich esse einfach mal was moment der hinter dir okay that was interesting auch nur miss dabei guck mal vielleicht hat die was du musst die du musst die nurses durchsuchen ich habe eine tonne hier eine menge benzin dabei ja warte dann gib mir das ich kann das ja da ist der benzin was wieso fliegt das denn jetzt hast du es ja dann haben wir auch hier ein blöder alkohol brauchen wir nicht braucht keinen mensch alkohol hau weg oder ähm trink es trink es dann bist du hast du so einen leichten so wie so ein bier effekt ah ne flaming arrow schematics schade was hat sie denn ich dachte gerade ich hätte die explosive arrows gefunden was schrecklich doch nicht so hier ist noch ein auto ja 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 erst durchsuchen erst durchsuchen guck mal da hinten sind doch zwei da ist aber nichts drin ja dann nimm es auseinander das ist hinter mir her kannst du das mal schießen ja hab ich kommt da überhaupt was raus hast du überhaupt platz ja 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 ich hab platz guck mal da ist jetzt vor uns eins und hier sind zwei recht ich eile ich fliege oh da hinten sind noch welche sehr gut ja ich kann es eh nicht durchs achso du machst guck mal rein guck mal rein ja du baust einfach die autos auseinander und ich werd dir dich beschützen äh kann ich ein paar Sachen wegschmeißen ja wenn du dann einfach mal einsammelst was fliegt hier alles da packst du in den see dann da radiatoren braucht kein mensch alkohol kannst du wie gesagt trinken das will auch keiner hier was da und hier hast du was für dich du gehst auf den nägel oder doorknob warum machst du das denn nicht immer gleich zu press ach man das geht nicht ich hab irgendwas besonderes eingesammelt ich muss ja gleich mal gucken oh da waren einige interessante wachen bei moment wo seid ihr denn jetzt gerade auf der nördlichen straße ich hab eine small engine gefunden auf der südlichen straße ist ne small engine gut ne ja aber nicht das was wir suchen wollen wir erstmal die beiden autos hier rechts machen jawohl ist auch nur eine graue small engine ey ich durchsuche mal den roten should i take it apart ja aber hau rein nimm es auseinander oh hier sind sogar hier ist doch ein blaues auto cool jetzt ist da noch Treibstoff drin ja aber das brauchen wir auch hier das nächste auf der blaue hast du schon gelootet ne warte jetzt von links kommt übrigens ein zombie jetzt ja ist okay ist der nah gleich kaut er mir am bein hab ihn okay jetzt kommt er hier den gelben ich eile ich fliege ist das gelootet ja ja also was ich bis jetzt positives gefunden habe etwas für die ak ne gelbe batterie habe ich ja das ist schon mal ich muss mal kurz was wegschmeißen was kann ich wegschmeißen lässer ne lässer war halt war auch nicht so viel zeugs dabei was was ja das brot kommt weg das kommt weg und hier lern das mal und öh was die hunting rifle wieso hast du lern die doch kann die schon denn die kannst du schon die hunting rifle ich kann es euch jetzt so nicht sagen weil sonst skripp ich die jetzt weg das blueprint ja ja skripp weg so also eine batterie haben wir nein ich holten wo war noch eine richtig lamp äh ja gegenüber warte geht oh ich hab Durst die Sau Durst? warte mal Durst habe ich ne hab ich auch hab ich auch ich werd mal kurz trinken ich hab hier die ganze Sache die Flasche was machts wird gute Zeug was ist denn da jetzt verloren weiß ich nicht ist auch egal los komm wir gehen drüber zu den anderen Autos ich hab ne blaue Batterie ja dann haben wir alles ja in der Komfleck die machen wir jetzt noch vielleicht kriegen wir noch eine wir brauchen ja im Endeffekt drei wir brauchen eigentlich ja dann sechs hinter mir guckst du dann gleich hier gibt's ein ich hab ein Schloss kann ich? jup das gelbe kannst du machen und wir brauchen Duct Tape Leute auch wichtig mhm dann haben wir unsere Mini Bike schon fast fertig hier war nix drin ne aber tonnenweise Treibstoff hier ist der rote der rote Wagen den hab ich noch nicht gelootet mach einfach mach einfach den roten gelber Mum haben wir auch dabei ah das war nix jetzt der Sniper oh hab ich jetzt aber getroffen Treibstoff 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 oh hier hat was dabei sehr schön okay ist weg ja ja jetzt brauchen wir nur noch Mais hab ich das richtig? Mais oh Gott warte mal ich hab noch nen Huhn gejagt oh oh ich hab das ja nie ha 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 erstmal ein Gespitzakt ja ja wir haben es schon ein bisschen über wollen wir uns wieder auf den Rückweg machen ja ich weiß nicht wo sind wir denn hier auf der Karte oh wir sind ja schon krass bei der Stadt wollen wir so ein bisschen querfeldein und dann noch jedes Auto einfach mitnehmen wir gehen querfeldein du gehst vor ich renne hinterher gut na dann komm also ich möchte ja jetzt ganz gerne noch Mais mit nach Hause bringen ne ja leider haben wir dafür jetzt nichts Shumway Fruits hab ich hier gefunden ey ist das da hinten ein Häuschen Flag? wo denn? was ist das hier für ein Weg? den Weg kennen wir zum Beispiel noch nicht wollen wir mal kurz? guck mal da hinten ist ein Haus Johans Wood Bay oh verdammt das war peinlich aber das war alles Hilfe 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 oh dick ah scheiße Vorsicht hinter dir mein Gott ja ja du ey das ist ja bin da das ist das das ist das Hexenhaus oh Fleck alter Scheiße endlich fast komm nein mach doch sowas nicht ja doch kenn ich aber das Haus das Haus das Haus ist Quatsch aber hier gibt es ähm die Reifen ja dann hol's ab äh ich hab keinen Platz ist jetzt noch das Ding hier das war das Fällschirm oh shit irgendwo hinter uns ah ja der ist tot nur 26 Bitpoints echt? ja okay hattest du das jetzt mitgenommen? den Reifen? ich hab einmal drauf gehauen wenn du das meinst ja ja genau da müsste ein Reifen raus gekommen sein ist aber nicht doch ist blauer sogar ein blauer ja den behalt mal mit minderwertigen Sachen gehen wir uns nicht mehr ab hast du wieder Scheiße gefunden? nein alles komm wir gehen nach Hause Fleck Fleck Pickel D und Frederic gingen nach Hause auch so ne Serie ich wollte grad sagen dass ja die war auch noch schön hm mhm kennt ihr noch Schnatterinchen? ja nur Zicke Schnatterinchen und Pittiplatsch Pittiplatsch ja ich sag nur mein Lieblingssatz von Pittiplatsch wir wünschen unserer Republik einen schönen Geburtstag das war kurz vorm 40. oder sowas echt ja guck mal da hinten ist doch das gelbe Auto ich kann mich nicht mehr daran erinnern meine Lieblingsgeschichte die Pittiplatsch erzählt hat war von der bösen Stiefmutter die in die Stadt gefahren ist während das arme Team zuhause geblieben ist und sie ist in die Stadt gefahren mit ihrem Achtung luxuriösen Trabanten du hast doch mal das Ding mit original Pflanzen ach ne Pflanzen mit dem luxuriösen Trabanten mit dem luxuriösen Trabanten mit dem luxuriösen Trabanten mit dem luxuriösen Trabanten knick knack ich hab alles im Blick du im Blick sehr gut so mal gucken ob ich noch Platz habe ja der luxuriöse Trabant ja komm ab ab auf nach Hause Hickle D und Frederic ich hab da ne Hörspielkassette von äh wie wie hieß denn das nochmal ach so genau Alfred Yudokos Quack davon habe ich auch noch also einer und noch eine da bitte sehr Denny ist wieder da ja ich bin grad am hoch also das Spiel am hochfahren aber hab schon mal synchronisiert wieder geht mir denn jetzt schon wieder äh wie dein Halbstil Pickaxe soll ich die reparieren? ja ne er will ne ganze haben ich wollte nichts gesagt haben aber mir war klar dass wir noch nicht die Wrench reparieren können er hat auch gesagt man könnte es reparieren ja aber wir können es deine Pickaxe ne auch nicht gott deutsche Sprache schwere Sprache hast du sie jetzt? die gute Wrench Wrench ja wir können anscheinend können wir sie noch nicht reparieren schade ey der mach sie aber auch nicht kaputt weil du hast ne Lilande ey ich mach sie nicht kaputt weil wenn du die jetzt äh bis zum Anschlag dann bricht die nämlich durch ah ey was ich jetzt nicht gerafft habe laufen wir jetzt schon in der nächsten Folge oder sind wir noch am Ende der zweiten oder sind wir überhaupt in der Aufnahme wir sind jetzt mal noch ich weiß nicht wir sind in der dritten Folge Flack in der dritten wir sind in der dritten Folge der Flack ist ein bisschen verwirrt am Ende der dritten ich will das mal ein bisschen vereinfachen werde ich mal abmoderieren aha sehr gut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von 7 Ways to Chaos hier bei uns Jenny joint the game wunderprächtig können wir gleich nächstes Mal rein starten bis dann tschüss tschüss mit Öl tschüss 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 movement m